Und leider haben Sie sogar recht. Drei Tage nach dem Mord an Frau Wege hat immer noch keine einzige Spur. Herr Direktor, ich tue, was ich kann. Ja, vielleicht ist das zu wenig. Ich habe mir schon überlegt, heute kommt doch der Wanninger aus dem Urlaub zurück. Vielleicht sollte man den auch noch dran setzen. Also Hexen kann der Wanninger auch nicht. Und ich glaube, das müsste man in diesem Fall. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Direktor. Ach, der Herr Steiner, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Liger. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Wie war es denn in Italien? Ich frage es mich nicht. Ich bin froh, dass ich den Urlaub hinter mir habe. Meinen Sie, ich hätte in ganz Venedig einen Leberkass gekriegt? Und das Bier, das Sie da drunter haben? Meinen Sie, das ist ja nicht zum Saufen. Also ich sage Ihnen, das kann man höchstenfalls zum Gurbel hernehmen. Also typisch Wanninger. Ja, Herr Steiner. Ich habe es schon gehört. Sie bearbeiten den Fall Wege. Ich mache es ja gerade, okay? Ich habe es schon gehört.